Applaus Idealischer Ort oder Anwesen gehöfte wie auch immer. Und dann denke ich, ja, da könnte man es aushalten, wenn ich es nicht besser wüsste. Ich bin nämlich auch auf dem Land aufgewachsen, im Teutoburger Wald. Ich kenne mich sehr gut aus mit einsam gelegenen, idyllischen Gehöften. Da kann einem manchmal das Gruseln kommen, wenn man dahinter den Kutzen schaut. Nepal ist aber noch um über 80 Prozent. Eigentlich auch nicht erstaunlich, weil je älter und schöner ja so ein Gehöft ist, desto mehr Geschichte und Geschichten lasten auf seinem Dach. Und davon soll jetzt nichts um dich die Rede sein. Ich habe es genannt. Alles Mollschön. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.